Musik Tja, das war ja mal eine Explosion. Musik Tja, das war ja mal eine Explosion. Auf der Playstation 4 Pro. Genau. Wir genießen schon das Pro Ambiente hier jetzt. Eine aufgehübschte Grafik haben wir hier jetzt aufzuwarten. Und ja, lasst euch einfach mal überraschen. die nächste runde ist eröffnet der joystick ist am start so und los geht's viel spaß damit ihr lieben euer transecker mike oh mein gott die nächste runde ist eröffnet kann noch gar nicht so viel reden weil hier schon gleich wieder die action losgeht ja ich bin froh dass ich die playstation 4 pro nun endlich hab ich ja schon ein paar tage nicht mehr gespielt weil keine konsole vorhanden war wo was das denn wieder krass war der nacht und habt jetzt erstmal alles wieder eingerichtet hier aber zur pro wird auf jeden fall noch ein video kommen vor nachteile die neuerung das kommt aber wir genießen jetzt erst mal das gameplay hier mit der schönen großen spinne und ich liebe mich erst mal zurück und zwar ein wenig achterbahn fahren wir geradeaus oder links wir fahren mal links rum schauen wir mal was uns hier erwartet ist das säure oder was ist das das ist ja ekelhaft ja blatt auf rush of blood sage ich schon blatt auf rush rush of blood ist auch eines der spiele die einen patch bekommen haben einen pro patch und hier sind glaube ich die ganzen ekelhaften kokons das ist ja ekelhaft die hat ja schon ihre ganzen ihre ganzen eier gelegt das ist die da unten kommen sie spider ich habe nun jetzt ich mag die zwar nicht sonderlich spinnen aber ich habe jetzt nicht so die große angst vor spinnen muss ich ganz ehrlich sagen also im schlafzimmer muss ich sie jetzt auch nicht haben so erstmal wieder bisschen ruhe hier auch sehr gut gemacht hier mit dem wagen hier und jetzt geht es bergab oh krass wow 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 sehr geil das spiel also ich muss sagen bisher für mich doch die nummer eins wow 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 und da ist auch meine Maschinenpistole wieder am start wow wow ich befürchte mal gleich kommt wieder irgendein wow wow alter schwede ist im Boden irgendwelche eier die die legen das ist so ekelhaft nachladen nachladen was ist hier Transportband mhm ok da ist ein Schienenpistole da ist das riesenpief wie ekeler bis jetzt schlage ich mich ganz gut würde ich sagen ja Schienenpistole oh wow 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 das war gut gemacht das war echt gut gemacht am liebsten bin ich doch hier draußen muss ich sagen iiiiih krass meine Maschinenpistole wieder am start den kompletten oberkörper weggeflex ah ich höre sie schon die spinne wow 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 und hier jetzt geht es hier links rum da ist er auf meine ding kennt das spiel noch ewig gehen ich find das so geil Sind das denn wie viele Spielzeugpistolen? Boah cool das ist mit Silvester kann kommen, ach nein! Sehr geil, oh was ist das? Ein Schwein gehabt, sehr cool, sehr cool! Na kommt die nochmal runter? Ja! Okay! Ohhhh! Ohhhh! Ordentlich Trophäen wieder gesammelt hier! Na? Da kratze ich bestimmt gleich abschäftig mal! Oh oh! Oh shit! Ohhhh! Jetzt ist hier aber Alarm! Jetzt ist hier Alarm! Meine... Jetzt fliegen meine Knöpfe gleich raus hier! Oh ich brauche unbedingt mal wieder andere Waffen hier! Ohhhh! 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 Das ist schon was! Ohhhhh! Ohhhhh! Ohhhh! Oh, schönes dickes Loch reingeschossen in die ekelhafte... Oh, sauber. Uh, ist das krass. Oh, war das ekelhaft. Alles voll Spinnen. Wow, was für ein cooler Level. Das hat mir echt gut gefühlt. Oh, krass, krass, krass. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, für diese Runde haben wir wieder genug gesehen. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich für das freundliche Zuschauen. Und bleibt schön dran. Es wird noch viel mehr kommen auf diesem Channel. Die Playstation 4 Pro ist noch nicht mal warm gelaufen. Ich bedanke mich bei euch. Euer Transax sagt tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschau. Oh. 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 Vielen Dank.